Wir befinden uns hier im Planetarium im LWL Museum für Naturkunde. Mein Name ist Björn Voss, ich bin der Leiter des Planetariums und wir haben hier in diesem Raum im nächsten Jahr einiges vor. Schon seit Jahren kann man hier bei uns ja den Sternenhimmel in eindrucksvoller Pracht erleben. Durch dieses Gerät hinter mir, unseren Sternenprojektor Universarium hervorgerufen und man kann auch seit Jahren hier schon eindrucksvolle Reisen in die Welt der Sterne, zu fernen Planeten, auf den Mars, in die Saturnringe, zu schwarzen Löchern und noch weiter hinaus ins All unternehmen mit unserer digitalen Projektionsanlage, die relativ versteckt hier außen herum im Raum untergebracht ist. Und das ist nicht neu, das haben wir schon seit Jahren im Angebot, aber was wir jetzt erneuern werden ist, wir werden für ein perfekteres Zusammenspiel sorgen. Damals vor zehn Jahren, als wir erstmals eine solche digitale Projektion, die uns solche Sternenreisen ermöglicht, hier installiert haben, hatten wir noch nicht die Mittel, das perfekt aufeinander abzustimmen und diese Möglichkeit haben wir jetzt. Da freue ich mich sehr drüber. Im nächsten Jahr werden wir diesen Raum groß und neu umgestalten und für ein perfektes Zusammenspiel von Alt und Neu sorgen. Wir werden dafür sorgen, dass wir verstärkt Live-Vorführungen von der Bühne aus anbieten können, sei es im Bereich Kunst und Kultur, Konzerte, Schauspiel oder im Bereich der Wissenschaft, Vorträge und anderes mehr. Was wir also machen werden ist, wir werden die Planetariums-Projektionskuppel über unseren Köpfen erneuern. Diese große 600 Quadratmeter Fläche, die im Moment noch durch ihr Wabenmuster, das man bei hellem Licht sehen kann, nicht ganz perfekt auf die digitale Projektion vorbereitet ist. Das wird also durch eine neue Decke des Raumes ersetzt werden, die dann das Bild der Sterne, das Bild der kosmischen Reisen perfekt wiedergeben wird. Wir werden das Sternenprojektionsgerät, salopp gesagt, tiefer setzen, sodass es den Blick auf die Projektion noch etwas besser freigibt und gleichzeitig werden wir die Bestuhlung, die jetzt seit 20 Jahren hier bereits im Einsatz sind, erneuern. Das ist auch dringend nötig. Es wird also eine bequemere Sitzgelegenheit dann hier im Planetarium geben und gleichzeitig werden wir sie anheben, die Bestuhlung. Man kommt näher an unsere Sterne und mit ansteigenden Reihen aufbauen, sodass also jede Besucherin und jeder Besucher einen freien Blick auf die kosmischen Reisen haben wird. Weiterhin werden wir hier im Planetarium eine Bühne einrichten, die uns bisher fehlt. Wann immer bisher ein Künstler hier auftritt, ein Konzert beispielsweise spielt, muss die Künstlerin oder der Künstler sich zu ebener Erde zwischen den Besuchern einen ausreichenden Platz suchen. Was auch positiv ist, die unmittelbare Nähe zum Publikum, aber ganz perfekt ist es nicht. Und auch da werden wir Abhilfe schaffen und für gute Bedingungen sorgen. Eine kleine Bühne also einrichten. Die Nähe zum Publikum bleibt erhalten. Man sitzt sehr nah an der Bühne, wenn man die erste Reihe wählt. Aber natürlich für jeden Künstler, auch für einen Vortragenden ist so ein Auftritt auf einer Bühne natürlich etwas viel sinnvolleres, als sich zwischen die Sitze, zwischen das Publikum direkt zu begehen. Und zuletzt werden wir die gesamte Gestaltung des Raumes ändern. Nicht nur die Sitze höher, den Sternprojektor tiefer, die Projektionskuppel neu, sondern wir werden die Wandgestaltung, die Raumgestaltung, die Beleuchtung erneuern und dadurch ein ganz neues Ambiente schaffen, in dem all das auch bestens zur Geltung kommt. Ja, und das Ganze wird viel Zeit brauchen. Es wird ein ganzes Jahr dauern, diesen Umbau zu bewerkstelligen. Das wird sich lohnen. Danach wird nichts mehr aussehen wie vorher. Nichts, was man jetzt im Raum sieht, abgesehen von der Kugel selber, wird danach noch wieder zu erkennen sein und wird viel besser und in viel besserem Licht erscheinen als jetzt. Wir werden damit im Januar 2021 beginnen. Wir werden im Januar noch eine Abschlusswoche im jetzigen Planetarium machen. Also es lohnt sich, auch im laufenden Jahr 2020 noch einmal bei uns reinzuschauen, noch einmal das alte Planetarium zu genießen oder, wenn man das nicht schafft, vielleicht Anfang 2021 zu unserer Abschlusswoche, die wir dann anbieten werden, hierher zu kommen. Danach werden dann hier die Handwerker Einzug halten. Alles wird ausgebaut, die Projektionskuppel wird abgerissen, die jetzige, und dann peu à peu Stück für Stück das Neue eingerichtet. Und wir hoffen, dass wir Ende 2021 oder Anfang 2022 dann neu eröffnen können und Sie dann wieder hier begrüßen dürfen. Da freue ich mich schon drauf.